ja liebe leute station nummer zwölf steht in diesem brandwochengladen und damit ein herzliches willkommen zurück zuletzt bei fn 2019 mit dem grand brief von ungarn heute schon wieder freitag also schon wieder das wochenende kurz vor der tür das heißt es steht wieder ein freies training an auf einer meiner lieblingsstrecken überhaupt hier in der nähe von budapest ja wir wollen natürlich hier die letzten guten ergebnisse eigentlich anknüpfen und natürlich auch hier wieder einige punkte mit nach hause nehmen letzten rennen waren zu machen mit platz fünf weitere zehn zähler wenn platz sechs acht zähler die wir geholt haben und da wollen wir natürlich auch jetzt hier wieder anknüpfen und wieder wichtige punkte für die fahrer für die team wm klammern gut guck mal was haben wir denn hier ein wochenvorschauentwicklung fehlgeschlagen aber der fuß durch das ist natürlich schade ich würde sowas in der ab empfehlen richtig die fuße wieder richtig die fuße wieder ich muss aber ich muss was anderes machen ich muss jetzt den controller wieder so hin tun kann man so machen gut dann haben wir das so weit und dann tun wir denn die voll flügelkasse hat noch mal entwickeln und bisschen aerodynamik reinballern und ja und dann gehen wir jetzt rein ins erste freitrainig hier in budapest ja wir wollen natürlich wie gesagt auf dieser strecke auch wieder gut reagieren oder gute ergebnisse rausholen aber dafür geschaffen sehen wir hoffentlich am sonntag wir begrüßen sie aus der bus star in der nähe von budapest zum start des grand prix von ungarn die fahrer begeben sich gleich auf die strecke und sind bereit und ein herausragendes rennwochenende zu geschehen ein herzliches willkommen an alle unsere zuschauer und natürlich auch an stefan römer stefan es steckt ja augenscheinlich eine menge harter arbeit in diesen sessions da wird eine menge simuliert eine menge nachgedacht ist das eigentlich alles nur lästige routine oder haben die fahrer trotzdem an seinem training auch noch spaß so etwas wie routine gibt es sicher nicht wenn es um das fahren eines formel 1 autos geht 300 kilometer in der stunde auf der geraden 4g in den kurven die fahrer können die kräfte die auf ihre körper wirken gar nicht ignorieren das ist harte knochenarbeit runde für runde aber ich denke nicht dass einer der momentanen fahrer seinen job als lästige pflicht bezeichnen würde auch falls man mal einen schlechten start ins rennwochenende hinlegt wenn man konzentriert weiterarbeitet und die ruhe bewahrt bekommt man die möglichkeit das ruder rum zu reißen jo wieder noch mal herzlich willkommen in ungarn wir gucken natürlich auf das wetter für das komplette brennwochenende wir kennen ja dass die qualifikationen und das drin trocken sind aber wie sehen wir bei den trainings aus perfekt ein koppel trocken ist ein wochenende sehr sehr setup habe ich auf jeden fall für ungarn danach die woche ist belgien aber nächstes woche ist belgien und dann italien und dann sind wir durch mit genau so ist es ja wie gesagt noch mal herzlich willkommen zurück der feld 19 die gehen heute jetzt wieder jetzt in erste freie training mit zwei versuchen hier auf dieser strecke ist so lang naja ich mag die strecke auf jeden fall sehr gerne hier sie ist tatsächlich anspruchsvoll auf jeden fall das ist keine typische hochgeschwindigkeit strecke sondern wirklich eine technische strecke die könnte dem auto tatsächlich liegen aber wir schauen mal wie weit war jetzt abschneiden hier ich die monaco zum beispiel weil das hat ja sogar gewonnen haben sind so einige fiese ecken auf jeden fall hier die wir vermeiden sollten eine zeige ich euch jetzt gleich wo ihr dringend es unterlassen solltet über die kürz zu räubern das müsste jetzt irgendwie nix rechts sein also jetzt die idee die ist links okay hier diese rechts kurve bleibt weg vor den kürz sie bereut es so bitter da müsste auf jeden fall aufpassen so die erste bestzeit des tages ist nico hülkenberg der mann im reno und spannend man die silly season wieder zuschlägt und wieder einige fahrer wechsel gibt ich vermute sogar nach diesem rennen der fall sein wird alle vier rennen wir rennen acht und rennen zwölf und wir tanzen wir vorne von nico wenn wir hier wirklich ein gutes ergebnis holen warum nicht so die erste bestzeit geht an uns mit 1 23 4 6 3 aber wo gemerkt auf den harten noch nico fährt jedenfalls hart so ein bisschen aufpassen dass wir hier nicht zu weit rausrutschen ich vermute dass wir jetzt noch mal eine kleine zeit in der zwischenzeit kriegen nämlich eine bestzeit also ich mag die strecke sehr sehr gerne das ist meine ja wenn ich sogar die meine lieblingsstrecke neben kanada und die sollte wie gesagt uns auch zugutekommen bestzeit sektor 1 und sektor 2 vor uns ist jetzt ein mcclaren der uns aber hoffentlich nicht groß in die quere so kommen sollte das haben wir noch vorne das wird glaube ich jetzt doch mal gleich eine schöne schöne bestzeit werden wenn alles gut auf eine 22er zeit 21 das wird sich reichen aber die 22 wird es auf jeden fall und es ist die 1 27 so haben wir beide mcclaren da vorne als es zeits und neues weiter ist es uns sein als ein mcclaren renou also kein ich beide mcclaren ist es einmal ricciardo und ich weiß nicht wer der vorne der mcclaren ist aber ich glaube ich jetzt noch auf der outlet ist also jetzt gleich erst eine schnelle runde geht der hat noch nicht das volle tempo drauf was der renou kann so viel langsamer ist auch nämlich nicht auf zivilgames wird zuvor die science übrigens nächstes service ja genau das meine ich gerade einfach der voll im weg versorgt ist natürlich nur die runde Ich glaube nicht, dass die noch mal schneller geworden wäre Aber mit dem Auto vorhin sowieso Keine Chance Mal gucken Oh, Gasly vorne, aber auch nur Minimal, auf Medium Also, ich bin da gerade guter Dinge, dass wir tatsächlich Ein sehr erfolgreiches Rennwochenende fahren Russell, wow, Soft auf 3 Ja, beide Williams schlagen zurück Williams auf 2 und 3 Vettel ebenfalls auf Soft, jetzt mit einer 25 Mit über 2 Sekunden davor Aber es ist keine Überraschung, wenn ihr auf den Schnellen Reifen fährt Auf den schnellsten Reifen fährt Hamilton auf Medium 2 Also, guck mal, 1 Sekunden vorne Vettel Hamilton, Gasly und dann wir Also, wie gesagt, auf den harten Ja, durchaus auf Augenhöhe Ja, gut, Augenhöhe, halbe Sekunde hinter dem Red Bull Ich weiß nicht, ob mit dem Medium Wir haben wahrscheinlich auf Augenhöhe fahren Also, bin ich guter Dinge Ich weiß nicht, ob man tatsächlich Ich werde mal die Red Bull schlagen, wenn man im Top 5 Und jetzt wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werden Vettel, Hamilton und Lance Strong Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet Dann auf ein außergewöhnliches Wochenende Der Formel 1 Und Lance 12 mogelt sich dann noch auf ein Formel 3 Der hätte sich sogar fast auf 2 gemogelt im Haas Ja, 5. ist aber durchaus okay 12 für Russell Gut, der ist auf Soft gefahren Durchaus auch in Ordnung Aber es wären beide Autos Und schlagt es dann zu den Punkten Und das wäre das Wichtigste Na gut Das war jetzt das erste freie Training Nimm, wir machen jetzt direkt weiter mit dem Zweiten So Ja Schöne Pünktchen Erste freie Training passiert Zweite freie Training Geruft So Da sind wir wieder Jetzt gehen wir auf die Medium Mal gucken, was die raushauen Jetzt habe ich gesagt 22,7 hatten wir eben Mal gucken, was wir jetzt raushauen Also 22,2 1,2 müssen wir kriegen Zumindest Äh, ich per Gäste jetzt schlagen Auf dem Medium Mal gucken, ob wir die hinkriegen Mal gucken, ob wir die hinkriegen Mal gucken, ob wir die hinbekommen Dann werden wir mal nämlich Sechster, siebter Weiß nicht, wie viele Rennen wir noch Um die Siege mitfahren können Oben in der Saison Wahrscheinlich ja nicht Also drei habe ich ja Monaco, Canada und Österreich gewonnen Das ist schon vierter Platz in Frankreich Also Kann man somit leben Aber jetzt erstmal schauen Weil die gleich die Zwischenzeiten hier sagen Jetzt wieder auf der Höhe des Megafiesenkörpers Wie gesagt, schneidet die bitte nicht Da ist Ihr bereutet Die packt quasi dann in der Wand Ich spreche da so ein bisschen aus Erfahrung Er verleitet natürlich Klar Ein bisschen zum Cutten Oder ein bisschen Zum Dranfahren Aber der liegt so hoch Das Auto geht dann Damit so echt flöten Manchmal klappt das Manchmal klappt das ja nicht Ich habe schon schwere Erfahrungen gemacht Dass ich halt Diesen Körper auch mitgenommen habe So mal gucken Was die Runde wert ist Wahrscheinlich schon nicht So eine absolute Wisszeit Weil ich bin keiner Der auf eine Runde schnell ist Weil dann Ich brauche zwei, drei Versuche Um mich reinzutasten So die Beste Der ist nochmal aufs Soft probiert Wir haben 22,5 Ich werde aber nicht vergessen Die reichen So jetzt geht der Vettel vor uns Jetzt muss ich gucken Dass ich mal eine Runde setzen kann Nahwegs brauchbare Runde Vettel Ich weiß nicht was der auch fährt So reichen Äh rot Also Gästli ist toll Und Vettel probiert uns Beide auf den gleichen Reifen Wie sie auch im T1 gepackt haben Auch gebraucht war da nämlich rot Man sollte auch das Fettgemisch setzen Ich weiß nicht ob ich das im T1 gar nicht gemacht So mal gucken Ob wir jetzt mal eine Runde setzen können Reicht nicht um vorne zu landen Gegen Lenz 2 Der nach wie vor die Bestheit hält Wobei ich vermute Das gleiche der Herr hinter uns Sich jedenfalls die Bestheit holen wird Jetzt ist es minimal langsamer Gegenwelle So gut ist es voll Jetzt müssen wir nochmal nachbauen So Vettel ist jetzt natürlich dran an uns Aber das wäre jetzt nicht egal Ich will jetzt nicht von meiner Runde abweichen Weil ich gerade versuche nochmal eine Zeit zu setzen Eine schnelle Das war ja auch nicht reicht Um schnell nochmal eine Verbesserung zu holen So der Vettel macht jetzt gerade ein bisschen zu viel Druck Meiner Meinung nach Mit Ansage Der Magnussen da der aus der Box kommt Macht uns beiden da gerade mal kurz eben alles kaputt Aber ich war eh auf der Ähm Ich war eh dabei abzubrechen Das war mir fast klar Dass der Vettel auf dem Softsteller ist Hamilton auch Ebenfalls auf dem Softsteller Das ist keine Überraschung Nur möchte ich Wollte ich gerade mal sagen Ich versuche mal einen Haas zu packen Den habe ich auch Gott sei Dank geschlagen Und jetzt bin ich Gott sei Dank schon mal aufs Platz Drei dabei Wobei ich frage nur wie lange noch Ebenso Croissant und Butler Und zwei schlägt auf Soft zurück Und ich weigere mich die Reifen noch zu nutzen Achter momentan nur Aber Medium Neunter Alles was vor uns ist aufs Fett auf Soft Verstappen Hamilton Raykön Vettel Geht alle auf den Softreifen Damit Klar Und wir wussten Ich weiß es auch Also wir klassen Also eineinhalb Sekunden hinter der Spitze Die Session ist abgeschlossen Also sehen wir uns Unsere Top 3 Noch einmal an Verstappen Hamilton Und Nico Hülkenberg Was für eine unglaubliche Trainingssession Aber der Spaß ist damit Noch nicht zu Ende Der Rest des Wochenendes Liegt noch vor uns Ja Wir müssen auf jeden Fall Noch mal Nachhilfe Jetzt gucken wir mal Ob wir gleich auf den Soft Reifen bekommen Wir müssen auf jeden Fall Ja, das war das zweite Freietraining. Auf jeden Fall. Ein bisschen prima noch dazu. So, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal nachlegen. So, dann gehen wir rein ins dritte Freietraining, liebe Leute. Jetzt dürfen wir nämlich auch mal auf den Soft zaubern. Ich weiß nicht, was wir eben hatten. Das vermute ich, dass wir nur bei 20, 27, 6. Um ansetzen müssen mit der Zeit. Und das ist durchaus machbar. Auf der Soft. So, jetzt dürfen wir auf die Strecke, liebe Leute. Mal gucken, was wir jetzt die Soft reifen bringen. So, hier wollen wir natürlich auch wieder einen Sieg holen. Das ist durchaus klar. Weil wir wollen ja Williams wieder Richtung Spitze bringen. Dass wir natürlich die Top 3 dieses Jahr nicht packen können. Das sollte eigentlich jedem klar sein. Aber zumindest die Möglichkeit zu haben, die vierte Kraft zu werden. Das ist, äh... Das ist natürlich auch nicht so unrealistisch. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was in der nächsten Saison drin ist. Ob nächstes Jahr ein Wechsel drin ist. Zu einem anderen Team. Oder ob wir da bei Williams bleiben. Vielleicht gehen wir nachher in der nächsten Saison zu einem anderen Team. Ich weiß es aber noch nicht wohin. Keine Ahnung. Renault vielleicht oder so. Ah, schauen wir mal. So, aber jetzt konzentrieren wir mich ja nur auf die restliche zweite Sorgehäfte mit dem Team Williams. Vielleicht ein kleiner Quersteher drin. Da muss ich mal gerade ein bisschen gegenwinken. Jetzt haben wir das Auto wahrscheinlich ausgebrochen. Ein bisschen konzentrieren nicht gerade. So, dieses Hamilton. Jetzt Zeit. 21er Zeit auf Medium. Klar, der hat seine Versuche schon verschossen mit den Soft. 21,3 auf Soft. Best Zeit. Ich weiß nicht, ob jetzt tatsächlich Sebastian Vettel und so noch mal auf Soft probieren. Oder ob die dann sagen, wir haben die Reifen verschossen. Wir gehen jetzt auf Medium. Ich vermute, dass alle auf Medium jetzt gehen, die Top Teams. Ja, hier oben war natürlich alles anders perfekt. Ja, hier oben war natürlich alles anders perfekt. So, die Konzentrieren jetzt gerade so ein bisschen. So, die Konzentrieren jetzt gerade so ein bisschen. So, die Konzentrieren jetzt noch grün ist hier so rechts im Augenwinkel. Weil das jetzt gerade auf Groß wieder rumsteigt. Also wir müssen noch mal eine Zeit setzen. Bestes war jetzt wegen Sektor 3. Wenn doch nur minimal vor unserer eigenen Zeit sind. Also wir müssen noch mal eine Zeit setzen. Also wir müssen noch ein bisschen vacken. Also wir müssen noch ein bisschen vacken. Jetzt muss ich das damit noch mal ein bisschen raus zaubern. Ich komme gerade nicht an meine eigene Zeit. Die eine Zeit war die beste Zeit und die Runde war alles anders perfekt. So, gut, dann sind wir damit auch durch mit dem Thema Training. Vielleicht schaffen wir sogar jetzt mal eine beste Zeit in dem Freitraining. Wenn du nur minimalst. Vettel geht also doch auf Soft. Wie? Ja, Vettel geht also das dritte Mal auf Soft. Auf Verstappen knallt die beste Zeit raus. Genauso wie gestern. So, Wettpult hat doch nicht gerade nicht schlagbar für uns. Ich sag ja, die Top-Teams gehen alle rein. Also ich komme auf den Sieg. Das wird verdammt schwer werden. Wollte man die alle auf die gleichen Reifen gehen. Aber wer Vettel die Freistimmmischung genommen hat, hat er viele, viele Soft-Reifen. Dann musste er tatsächlich nochmal zwei setzen. Er müsste 5 Minimum 5 Soft-Reifen haben. Vettel ist alle Runden mit den Soft gefahren. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal die drei Bestplatzierten. Vettel, Verstappen und Pierre Gassen. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Einstieg für Sie zurück sein. Platz 5. Nur. Hm. Hm. Naja. Hm. 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 Wir haben wieder ein bisschen was verloren an Ansehen. Was nicht unbedingt unwichtig ist. Gucken wir mal. Ich werde davor sagen, bleiben alle auf jeden Fall trocken. Das ist immer wichtig. Gut, damit ist es aber mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es mit dem Qualifikationstraining weiter. Hier zum großen Preis von Ungarn. Bis dahin und auf Wiedersehen.